Trotzdem noch, aber ich darf auch 15 mal nach hinten. Versuch mal den Zeigefinger zu nehmen, ist einfach. Um und Zeigefinger zu werden, den obersten. Kannst du den Tor umfassen? Warte, ich darf ja noch. Oh, das ist gut. Jetzt abdrücken. Sehr gut. Wo ist der? 9,9. 9,9? Ach so. Also vorhin warst du schon besser. Eine 10 war dann vorher. Guck mal, Elena. Jetzt. Schade. Oh, das ist der. 10,3. Der beste bis jetzt. 10,3. Sieht gut aus mit Eier. Sieht gut aus. Ja. Sieht gut aus. Jetzt lernt er es einmal. Ja, ist gut. Ach so. Okay, mal raus. Ja, aber das ist, äh, wo ich noch geschossen habe. Oh, nein. Oh, nein. Was ist gut aus? Jetzt gucken wir mal, wenn ich sie ausfahre. Wenn es eine Idee geht, kann er nicht schießen. Ja, die Welt. Oh, nein. Wie viel? Neun Kommandé. Ich zeig das. Oh. Wie viel? Oh. Oh. Wie viel? Oh. Oh. Neun. Ich hab noch mal gesagt, ja, dass er schon ruhig gehalten hat. Der war schön ruhig, aber ein bisschen... Oh, einen da sind. Mach ... Morgen gibt es einen Åhjus. Ich mit dem Gonnaen. Jetzt mach die Zauber. Ach, den machst du gut. Ich habe ja eine Zahl. So, das ist möglich und mit der 10. hast du geschafft. Danke.